Herzlich Willkommen zur Anfolge hier in Thüringen. Wir beenden jetzt die die Ernte mit Gras. Dazu werden wir mal auf 1 gehen, um das kurz zu 1, dann lassen wir den Fahrer hier und fahren ihn mal zurück. Dann werden wir uns gleich mal, jetzt weiter wird noch die letzten Bahnen aufsammeln und wir fahren mal ganz kurz zu, na, wenn wir das Gras schon einladen. Das war hier der Ferrameter hier für die Schlage und dann haben wir das auch. Gerade kurz gespalzt und wieder haben wir die Grasende fortlaufen, weil das ist ja meistens doch so mühselig und lange dauernd und zweitens ist es in meinem Bildschirm nicht gut, wenn er fest wird, könnte sich das Bild einbrennen und deswegen habe ich gesagt, okay, Gras lässt laufen, brauche eh eine Weile für und nun ist es fertig. Das können wir gleich beginnen mit düngen, das heißt, wir werden ihn gleich mal, das sagte ganz überlegen und hinstellen跟你 gleich die beiden Düngerfahrzeuge nach Wuratti schicken. ich hoffe der Fahrer die beiden Ballen nicht in den Wege schickt die können passieren den Kurs immer nicht löschen wir brauchen jetzt nicht mehr den Kurs an sich können wir komplett löschen weil das stimmt so nicht weil im weiteren Verlauf werde ich mit Feld 28 lange suchen jetzt gehen wir in den anderen Grasbauer hier mal den fangen wir erstmal zum Riesenrand und dann wird später Regen aber das macht nichts morgen wäre ja theoretisch die Ernte für Raps oder Gerste gut die Wetter können wir nicht mehr einflussen wir werden jetzt mal in den Kurs programmieren dazu fahren wir die beiden auf dem Feld dann Nummer eins blockiert, weil er auch noch ein bisschen lange dauert braucht, und das ist ungünstig. Und das sind wir ganz gerne mit Traktoren, die gleich stark sind, da gibt es weniger Probleme. Dann lassen wir den Schwachen hinterher fahren und das müsste an sich kein Problem sein. Den können wir hier mal löschen, dann hier mal ganz kurz einsteigen und dann mal ganz schnell einen neuen Programmieren. Kurs generieren, jetzt machen wir hier zwei Fahrzeuge, zwei Vorgäste machen lassen wir auch, weil der macht zusammen ja vier. Weich, generieren wir ganz kurz. Ja, das ist leider verkehrt. Das ist für Feld 41 Das ist dann in dem 38 Weiß ich, ne? Zwei? Na doch, zwei. Macht gesamt viel. Aber mit den Wänden ist es besser, man hat einen Kurs mehr. Man muss sagen, es ist ein Drei. Für ein. Und dann ist es nur hier. Zwei ist okay. Das ist okay. Du bist der Linke. Null Versatz. Das ist ganz wichtig. Wenn jetzt hier beide anfangen, sollte das Null sein, ne? Warum die anderen beiden plötzlich anders gewesen sind, keine Ahnung. Aber es kann sein, dass ich eine neue Profilersaison genommen habe. Das war doch fast irgendwann eine Stunde. Kann man nicht auflösen. So. Das ist jetzt schon bei mir der Kurs. Den kopieren wir. Dann ist der rechts. Pass, passt. Null. Und wir verbanden und aktivieren. Aktiviert. Dann aktivieren wir auch gleich. Aktiviert ist deswegen wichtig, ob man da oben mit dem Dräht und der andere schnell ist. Und das dann nicht über den Haufpferd. Kalk brauchen wir nicht voll machen. Das ist nebensichtlich wie nachrichtig ist. Aber er wird ja nicht ruhlen, ne? Und dann braucht er nicht, ob der Dünger reicht so. Okay. Hier dieser Modus ist wichtig. Und dann geht los. Ersten Wegpunkt. Ich hab da jetzt ja angefangen. Ach da. Da fahren wir ein bisschen zurück. Ich hab da ja hier im Prinzip hier anfängt hier zu Eier zurückfahren will, um den ersten Wegpunkt zu treffen, ne? Wäre ungünstig, ne? Das dürfte jetzt funktionieren. Auch normal, ne? Abfahrer einstellen. Neuartiges braucht er ein bisschen zum Berechnen, ne? Dann das gleiche hier auch. Äh, ersten Wegpunkt. Kurz mal hinterher düsen, ne? Also er bleibt da auch stehen, als wenn er gerade groß brechen muss, ne? Das könnte sein, also das ist immer neu. Das kommt mir hier so vor. Dann können wir kurz wegmachen. Das Dünger müsste, äh, das Dünger, Dünger müsste eigentlich reichen normalerweise, und dann haben wir das auch geschafft, ne? Das Feld, Feld, um 38 Meter gedüngt, und wir können in aller Ruhe, die nächste Mal, äh, vorbereiten. Der Rest Gras, ja gut. Lass mal liegen, ne? Was soll's. Das erste Mal nähen, und dann denken, wenn man einmal wieder Schwatten, dass wir nochmal Schwatten in die Mitte beginnen, in das Feld rein, und zum Schluss die Außenbahn nähen. Das ist dann ein bisschen besser, damit mich diese Bahn, was durch das, äh, Schwattenprinzip mit rumgezogen wird, wieder in die äußere Reihe gezogen. Das ist dann ein bisschen besser. So. Wie man so sieht, äh, der Abstand bleibt im Vergleich, die fahren auch beide gleich schnell. Wir müssen nur sehen, die anderen beiden Fahrzeuge müssen jetzt, äh, ne? Das fahren immer einen Haufen, ne? Da bleiben wir nicht stehen. Das ist doch egal. So. So. Jetzt können wir die Fahrzeuge erstmal das, äh, Gras einbringen. Natürlich in die Heutrocknung. Und der geht ja wohl noch nicht aus. Das ist komisch, ne? Der Ladewagen hat natürlich schönen Schaden bekommen. Ja. Hat ja auch ein bisschen was geleistet, ne? So. 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 Na gut, beim nächsten Mal geht es wieder. Bisschen schmutziger Schuhen, ne? Aber es geht im Großen und Ganzen, weil ja Regen war, ne? Aber Gras kann sehr, sehr, sehr zäh sein, ne? Also von der, von Schmutz, das ist ziemlich echt. Aber gut, hier im Spiel ist ja eh nur Schein, ne? Die Messer müssen geschärft werden hier, beziehungsweise erneuert werden, wenn sie kaputt sind, ne? Weil hier Drille sind oben, das kann man so nicht sehen. Bleiben wir ganz kurz. Zwar pippen wir uns mal, aber gut. Da oben drinnen, da sind Messer und da wird das Gras durchgedrückt und dadurch wird das Gras klein geschnitten. Und die Messer müssen öfter mal geschärft werden, sonst ist das irgendwann mal hinüber. Beziehungsweise, wir sind dann stumpf und dann wird das nicht mehr. Dann braucht der Traktor mehr, äh, mehr Kraft, um das Gras durchgedrückt, ne? Ist ja klar, wenn da hinten ein Rot schneiden mit einem scharfen Messer ist besser wie ein Stumpen, ne? Ja, und dann muss öfter, ich hole da reparieren. Ja, jedenfalls, äh, müssen die geschärft werden und das wird jetzt hier mit drauf gemacht. Jetzt kann man nicht rückwärts fahren, ne? Muss ich mir andersrum drehen, so. Und Tastatur machen. Also für uns in der Firma ist es so, dass es immer 8 Stunden empfohlen, um besser zu schärfen. Wir haben aber schon mal, äh, Fahrzeuge, da ist das alles, äh, verraten. Man muss nur entsprechend die Sache kurz aktivieren. Man dauert nichts ausbauen, man muss nur entsprechend, äh, man Anhänger, äh, stehen lassen für eine Pause von einer halben Stunde ungefähr und dann werden die Dinger nach und nach geschärft. Also, so ungefähr ist das alles vorhanden. Man muss kein extra Gerät noch haben. Man kann natürlich auch extra Gerät haben, ne? Das geht auch. Und man hat die besser ausbauen, ne? Das ist alles, äh, ob es bei jedem so ist, weiß ich nicht. Wir haben ja auch verschiedene Modelle und verschiedene Auftaktungen, ne? Kunde ist König. Wenn er das haben will. Wo kommt er das, ne? Gewicht ist nicht dabei. Ein Stück zurückfahren. Ja, dass wieder Regen kommt, ist schlecht. Soll ich ja, äh, Regen angesagt hat, ist, ne? Die Ehre durch die Wanne, ne? Weil das hört sich dran an. So. Das kostet nur 1 Euro, aber, weil optisch gesehen ist es ja pariert, ne? Nein. Jetzt soll der kaputt gehen. Wir müssten den Schweizer treffen. Keine Ahnung. So. Klacken haben wir da vorne. Vollkollegge. 370. Ja. 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 Ok. So die kommen gleich hinten hin. Mhmh. Dann werde ich ein Fahrzeug wegnehmen. Ups. eine welche nehmen und dann mal sehen das da wo es hinstellen und mal sehen, vielleicht stelle ich auch zwei daneben so hin, ich weiß auch nicht so liebte aber das soll es für heute gewesen sein ich sag mal schönen dank fürs reinschauen das hat mich gefreut, ich sag mal tschüss und einen winkel, tschau, 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 tschau